Anfang August 2010 wurde die Kunstinstallation Horizon Field in den Vorarlberger Alpen abgeschlossen. Anthony Gormley hat dabei 100 lebensgroße Figuren aus rostbraunem Gusseisen hergestellt, um sie dann manchmal unerreichbar auf 2039 Meter aufzustellen. Welche Probleme hatten Sie mit der Installation? Wir hatten eigentlich gar keine Probleme damit. Es ist praktisch unser tägliches Geschäft, Lastentransporte im Hochgebirge zu machen und darum ist unsere Mannschaft prädestiniert für solche Aufgaben. In Gewichten gesprochen, wie schwer ist so eine Figur und wie haben Sie sie nach oben transportieren können? Die Figuren selber haben 640 Kilo. Das ist für unsere Hubschrauber gar kein Problem. Wir können bis zu 1400 Kilo an den Haken hängen. Aber zuvor musste man noch ein kleines Fundament graben, das Eisen dazu, die Grundplatte und den Beton hochbringen. Und das haben sehr viele freiwillige Kunstinteressierte durchgeführt. Wie lange dauerte die Installation an, bzw. wann haben Sie die erste Figur und wann die letzte Figur gesetzt? Die erste Figur wurde heuer im Februar, praktisch in der Energiewoche, montiert in der Nähe der Kriegeralpe. Und die letzten wurden jetzt Ende Juli, Anfang August fertiggestellt, um zur Eröffnung eben pünktlich fertig zu sein. Warum sind die Alpen geradezu prädestiniert für diese Auswahl dieser 100 Figuren? Der Künstler hat Vorarlberg ausgesucht und diese Region des hinteren Bregenzer Waldes und der Lechtaler Alpen. Meine persönliche Meinung ist, dass sich das Gebiet sehr gut, hervorragend für diese Landschaftsinstallation eignet, weil es eine wunderbare Landschaft ist und so setzt man sich mit der Kunst und unserer Heimat direkt auseinander. Was ist die am weitesten entfernteste Figur bzw. die unerreichbarste? Es gibt Figuren, da kann man sehr gut hinwandern, die stehen praktisch auf Wiesen, auf Almwiesen, aber es gibt solche im Felsen, zum Beispiel an der Kanisfluh oder am Omeshorn, die kann man sehr schwer erreichen, weil sie im Geröll oder direkt im Felsen verankert sind. Was ist Ihre persönliche Lieblingsfigur oder die Lieblingsstelle? Wenn ich mir eine aussuchen dürfte, dann würde ich die von der Kriegeralpe nehmen.